Jo, herzlich willkommen zurück. Wollen wir mal gucken hier. Ja, ist die Rachel. Okay. Nein. Sie sehen aus, als können Sie ein Betäubungsmittel brauchen. Es ist ganz schön beunruhigend, wie schnell die Karathi die Schwachstelle herausgefunden hatten. Die Sache hat sie wohl ziemlich mitgenommen. Es tut mir sehr leid, Colonel. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Sie ist okay. Sie versteht das. Ach, zum Teufel damit. Trink noch einen. Sie ist okay. Sie versteht das. Von mir aus. Ja. Nehmen Sie mir die Flasche weg, bevor ich die Beherrschung verliere. Hey! Treten Sie eine Tür ein oder sonst was. Reagieren Sie sich ab, okay? So können Sie keinen Einsatz fliegen. Alarmstufe rot. Alle Piloten nach oben. Wir werden angegriffen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist KEINE Übung. Ey, hier ist alles los, ne? Wie kann man jetzt starten kann? Ja, voll bereit jetzt fliegen oder was? Sehr geil. Finde ich jetzt ehrlich gesagt doof. Weil ich eigentlich gucken wollte, ob da noch andere Videosequenzen sind. Mache ich denn das jetzt? Ich mach das so. Ich würde ja lachen, ich mach das jetzt für mich sonst, aber... Fortsetzen. Tralala. Die ganze noch mal eben laden. Ach, lustig. War für mich sonst. Naja, ist ja, äh... Schnell gemacht. Einsatz. Oh, gut. Oh, ist doch besoffen oder was? Der fliegt ja total scheiße. Kacke. Tja, na gut. Mit Hops fliegen wollen wir, okay? Jausen. Dann, äh... Lösen und angreifen. Greife jetzt feind an. Haben wir jetzt, glaub ich, Arbeit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter Schwede, ey. Knackig, 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 knackig. Ah. Don't. Da wird's doch nix, oder? Da können aber Argenten verschwinden, wie gesagt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Kann ich mal schnell draufziehen, die mein Teil macht, die ein Fettigkehörer, aber... Sollte Ansätze ließ ich ja nicht. schilder und ich bin eine schande ich bin eine schande für mein volk habe feindlichen kampflieger ausgeschaltet wie sieht es aus ich bin eine schande für meine schande ich bin eine schande für meine schande Oh! Geil! Na, ist wohl doch besoffen und kriegt nichts zu Werferei oder was? Na gut, müssen wir halt ein bisschen mit Raketen arbeiten, ja. Also nochmal. Einziges Schiff gesichtet, Karnel. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Geh mal drauf, da. Geil! 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 Oh, shit. Wie sieht's aus? Nur unerhebliche Schäden, Kano. Jo, jo. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was hat es gebraucht? Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Oh was. Die Bravo-Unterstützung kam. Ach, ich bin voll dabei. Wie geht es aus? Habe nur geringflügig geschehen zu verhalten. Wie geht es aus? Wie geht es aus? Habe nur geringflügig geschehen zu verhalten. Wie geht es aus? Nur unerhebliche Schäden. Ich bin keine Schande für mein Volk. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Boah, noch mehr oder was? Wie geht es aus? Habe nur geringflügig geschehen zu verhalten. Wie geht es aus? Habe nur geringflügig geschehen zu verhalten. Wie geht es aus? Wie geht es aus? Habe nur geringflügge geschehen zu verhalten. Wie geht es aus? Wie geht es aus? Wie geht es aus? Wir haben kräftig was abgekriegt. Wie sieht es aus? Kabel, du geregfügig geschehen zu vermelden, Kabel. Ich brauche Unterstützung, Kabel. Wo bist du denn? Ja, ist zu leiser. Wie sieht es aus? Kabel, du geregfügig geschehen zu vermelden, Kabel. Der kann halt die Wiese rutschlafen. Ich bin ja nicht, oder was? Ich bin ja nicht, oder was? Ich brauche Unterstützung, Kabel. Wie heißt es aber eigentlich? Dump nur eins. Naja, bisschen was er da abgekriegt hat. Halleluja! Ah, jetzt gibt's wieder diese Schleife da, ja. Das ist noch häufig. War das noch? T? N? Ah, haben wir hier so, ja. Die konnte ich jetzt wählen. Irgendwie gar nicht, ne? Das ist nervig. Das ist sehr, sehr nervig. Das haben die richtig kacke gemacht hier. Irgendwie konnte man doch den Navpoint wählen, ne? Ah, hier mit N. Okay. Klazer. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist eine richtig glückliche Position hier Eigentlich gar nicht Einflussvolle Schuss, mein Freund Wie sieht's aus? Habe nur geringfügig geschehen zu verwelten Verdammtes Mistvieh Habe nur geringfügig geschehen zu verwelten Ich muss mal die Raketen wohl ein bisschen länger aufheben oder so? Mal schauen Es ist jedenfalls richtig ekelhaft hier So viel steht mal fest Einziges Schiff gesichtet, Karne Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Karne! Gehen wir jetzt gemeinsam drauf hier Gehen wir jetzt! 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 Oh shit! Ich bin eine Schande für mein Freund! Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Karne! Nächster Gehen wir jetzt! Ich bin mal auf da, ich bin mal auf. Junge Nächster Ja alleine Verarsch Schande für mein Volk Feind Sie zerstört Greifen Sie mein Ziel an Jawohl Karl Starbuck Verarsch Verarsch Mein Titterstörd! Mein Titterstörd! Ja, das läuft das nun deutlich besser, oder? Würde ich meinen. Mein Titterstörd! Mein Titterstörd! Ja, das liegt da auch noch voll rein. Mein Titterstörd! Das gibt hier das große Masseverrecken, oder? Shit! Einiges Schiff gesichtet, Karel! Kann nicht wahr sein. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Karel! He, schickt das moderne Rakete los, ja. Was ist nuré, ein Titterstörd! Da ist auch viel drin. Es wird ja gar nicht auf, und ich kann den Rakete loslegen. ja ich glaub ich hatte ihn wieder zentwert ja zentwert oben unten, ja, klasse voll nicht schlecht ich bin eine schande für mein Volk ja, das müssen wir jetzt aber alles noch erreichen hier greifen sie mein Ziel an jawohl, klasse immer vorbei, ne, kommen wir ruhig weiter an greifen sie mein Ziel an jawohl, klasse ich find sich leider nix ich würde schon auf der Entfernung steigen nicht mehr hehehe 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 Oh, shit! Oh, shit! Was ist das? Was ist das? Oh, ich hab grad echt meinen Joystick gekillt. Ja, ich hab doch gekauft. Ich hab mir schon eine Weile. Ich bin eine Schande für mein Volk. Ich habe keinlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Karl! Ja, Mann, dann ja vielleicht. Ich bin sogar wieder ein. Ja, das dürfte ja nur eine Feder sein, die da jetzt vielleicht sogar noch ausgespielt wird. Alles dran. Oh, Mist. Ja, war shame, ja. concentrate oder? Ich bin angene Ośquent. Jetzt, ich bin ein bisschen auf, ich bin ein bisschen aber vorbekehren. Glaub ich aber auch Greifen Sie mein Ziel an! Dann gehen wir gerne noch mal Fähnen drauf hier. Wenn schon, wenn schon. Wie siehts aus? Ich bin froh, dass ich keinerlei Fäden zu verwelken habe. Alles klar! Wie geht's aus? Ich bin froh, dass ich keinerlei Fäden zu verwelten habe. Tatsächlich mein Joystick gekillt. Das ist ein Ding. Ich bin froh, dass ich nicht so gut bin. Ich bin froh, dass ich nicht so gut bin. Ich bin froh, dass ich keinelei Fäden zu verwelten habe. Ich bin froh, dass ich keinelei Fäden zu verwelten habe. Ich würde ja lachen. Ich würde das Bild verwelten. Ich bin froh, dass ich keinelei Fäden zu verwelten habe. Ich bin froh, dass ich nicht so gut bin. Was geht jetzt los, passt da auch mal in der Hand noch. Halleluja. Oh, das ist ein Paar. Ja, kommt das Paket aus. Alter. Was ist denn da noch? Oh. Oh, das ist so gar nicht mehr. So ein Schied. Wieder mal den Joystick gekillt, okay. Jetzt kommt wieder diese Schleife an. Das ist doch voll ätzend. Komm. Wegpunkt. Ich blieb mal ein Stück. Feindliches Schiff gesiegnet Kabel. Jo, dann. Lösen und angreifen. Greife jetzt Feind an. Ja. 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 Das müssen wir nicht anders machen. Ganz anders. Spenderdank das Joysticks rum, ja, das müssen wir nochmal wann anders irgendwie anders machen.